Und? Ari, wie deine Mama? Ah bö, hat der dir gegeben! Ach stimmt, wir können ja hier gar nicht auswählen, ne? Da kriegt der Simon Rekrut, würde ich sagen, oder? Was meint da? Ja, wo ist denn der Simon? Pippi Pippi Für kleine Mädchens Wer macht Pippi und Kacka? Oh, Adam Rekrut! Ich bin grad zurückgehechtet, Alter! Ja, aber hier geht eigentlich klar Ja Eine Drohne ist offen Ich hab geschossen in dieser Jetzt haben die die HOS-Hurel davon Lass mal bitte das Bad offen Ähm, werde ich versuchen irgendwas zu picken Boah, ein Schuss, zwei Kills Allem Mann kennt natürlich in meiner Ecke Ich hab drunter stört Ich hab dir da hinten so nen Antenator angepackt Dann mach ich wieder weg, okay Nee, alles gut Ich will hier nur versuchen, ein oder zwei Leute zu holen Und mich dann hier aus dem scheiß Bar zu verpissen Ähm, Schild unten Na, Haupttür Bitte pickt noch nicht Den überraschend So weiter bis hier ist, pick ich weg Oh, das tut mir jetzt aber leid Bei mir hier hinten Sagi, pass auf Wo? Höre Steps hier Wir haben die im gleichen Raum, ne? Ich mein jetzt hier hinten bei mir Ja ja Na ja Oh! Alle drei gefunden Wo? Wie, wo? Guck doch wo sie markiert sind Einer liegt auf dem Dach, der Klass Ja, vier ist dir klar, ne? Wow! Äh, der kommt unten in die Treppe hoch Alle Mann, ich deck dich zur Treppe Achso, der pusht das Bar Kann der in das Bar pushen? Ja, ich glaub ich tot bin Oh ja Wir dürfen lassen reinkommen Ah, da kam er links Oh! Erkro? Alle Mann? Rechts, rechts Weg Rechts, alle Mann Rechts Was? Er wird rechts sein Rechts von der Tür Rechts von der Tür Rechts von der Tür Von, nein Von der Tür Der ist schon in dem Bad drinnen Ja Ich, ich glaub aber eher Dass der links auch mal Oh Oh, der ist down Oh, das war der endlich, Mann Der tanzt hier hin und her Der ist weg Oh, der ist durchsichtig Oh, der ist weg Oh, der hat anders Eine Ah was Achtung, der hat zugeströse Jeder hat einen Kill gemacht. Ehrlich? Jeder? Ist das so schlimm? Ja genau, die Elite hat auch noch Assists. Genau, Simon, ne? Keine Ahnung, was habe ich denn da? Ja, die Elite sagt er. Und alle ihr kleinen Muschis. Weißt du, scheiße ist er erstmal Big Talken, der Boy. Echt wer? Ja. Und Simon, pass jetzt auf, wenn du schon so im Höhenflug bist. Pass auf, Fuse und Geisel. Wir haben übrigens keinen Thatcher. Entspann dich, Pauna, ich bin nicht bescheuert, Junge. Das sehen wir noch. Junge, du bist ja gerade auf Wolken 7, wie Vito, wenn er seine 20 Abonnenten hat. Den Fuse nehme ich nur wegen der Waffe. Hä, was war das denn gerade für... Das sagen sie alle. Was für'n Sound? Düdüm? Vito sagt auch, dass er... Ah, ich glaube das ist Facebook gewesen. Obwohl er Geld verdienen will, nur eigentlich. Naja, ist es. Ich glaube die sind... Oben, oben. Oben. Knappe Jammer. Ich glaube oben sind's da. Pass auf, Simon. Ey, da ist Strom drauf, geh nicht da durch Simon. Ja, jump auf das Geländer. Oh, oder so. Adam. Digga. Ich fahr direkt wieder los. Das grad war echt Anzug. Dieser Weihnachts-Skin, der ist ja so hässlich. Das grad war echt No-Skin zum Quadrat. Kann hier einer für euch bitte das große Fenster aufmachen, damit ich hier reinhauen kann? Haben wir Ash oder irgendwas? Oder Sledge? Ah, Ash. Rechts großes Fenster, ey. Hier, da. Wo alle Mann gerade hoch... Ah, war da. Oh Leute, meine Drohne wurde unten getötet. Haupteingang ist einer. Kann der eine aufmachen? Rechts von dir, Sagi. Rechts. Aufmachen. Ja, auf. Und geh dann weg. Pass auf. Schmeiß Granate rein. Nein! Granate! Oh, keine Scheiße. Das ist doch nicht dein Ernst, Sagi. Sagi. Da ist doch die Geisel drin. Ich dachte, die klinkt. Sagi, mach dir nicht den E-Zahl wieder. Oh. Ich dachte, die Geisel ist links. Darf ich Ihnen vorstellen? Das ist Sagi, der Typ, der schon bis Kartoffeln zählen kann. Und er denkt von 12 bis Mittag, ne? Ja. Das ist geil ist awesome, genau. Und das scheiße mit Anlauf. Ja, egal. Dann spielen wir halt mit dem Random gleich. Ich. Ey, es wird schön, alles. Was ist doch nur spannend. Warte. Nein, du bist voll mitgekriegt. Nein. Ja, du bist voll drin. Weißt du. Du bist voll. Ja, ich bin kein Mensch. Ja, du bist voll drin. Angst gehabt Be advised, A4 has visual armor hostage Das ist ja auch noch Sehr schön Welcher Spaß die A4 gerade gehint ist Aua Geht die voll überall gehint Kann mich mal einer downschießen alle man? Kann sich downschießen, damit ich mir ne Spritze geben kann? Enten Fuß Loll Oh Loll Ähm Von wo, bitte? Hä? Der sitzt hinten, äh Ja, snipen Genau da, Alvar Jaja Von aus Versehen unten, weil ich zufrieden mit meinen Cup kann fallen Pass auf, da ist ein Sniper auf, äh Bei mir nicht schlafen wir hier rein Bei der, nicht bei der Wendeltreppe, bei der Großen, die von oben nach unten geht Diesem Sniper Spot Sehr gut, Nico Hallo Hä? Hallo Wie gesagt, ich wollte eigentlich nicht dahin Aber ich mein, wenn du tot warst, hättest du doch eigentlich für die Kameras gucken können Schönerweine Jaaa, er trifft mich genau Achtung, es sind 3 Stück im Kinderzimmer, oder? Ich mein, da war ne Kamera, Chris Kai, wenn du mal guckst Oh ja? Wättest du mir den ansagen können Den da? Jaa, den da Ahhhh Nobody's perfect Ist doch nicht Der steht hier, still unten, der ist wohl in der Drohne drinne Dagi hat minus 100 Nein, das ist ja los Nö, alle Mann Schatze Einer ist unten, geht die Haupttreppe hoch Nö, bleibst du, bleibst du Sagi Die hat auch schon Bader Ist ein Bart Down Schön, alle Mann Ich hab dir noch einen Sniper und Noch irgendeinen, der automatisch schießt Einer hat Hits vor deinem Dings, Sagi Rechts oder links? Weiß ich nicht Links Ich hab ungefähr davor, äh, nicht Down geschossen, halt Der hat sich rum Schill dich irgendwo in der Ecke und aim einfach auf die Tür Bleib einfach defensive da hinten Tür ist aber, äh, Treppe war gar nicht auf Bleib defensive Der kriegt jetzt die Treppe runter, ne? Ganz nebenbei Äh, war der verletzt? Von dir aus gesehen Sagi Rechts kriegt er jetzt die Treppe runter Ah, glaub ich Bleib Dann hat er hinter Deckungsplatz bekommen Bleib einfach defensive Sagi Kann irgendjemand die Main Treppe gucken? Die am besten doch irgendwie in diesen Holzstapel, achten Immer einfach weiter dabei Main Treppenkamera ist kaputt, kann ich nicht Bart Abstreppe Bomber Abstreppe Boah, alle Manns Sagst du eine Ace oder was? Ne, doch nicht Ich hab nur vier geholt So Einen hab ich geholt Wer hat einen geholt? Ja Ecke Ja Ich spiel mal nächste Runde ohne Simon und ohne Sagi Granat Power Also ich dachte ja eigentlich Simon versaut ist mit Fuse Aber dann kommt einfach Sagi um die Ecke und wirft doch mal ein paar Nächte rein Ja Ja Aber gut wir haben zweimal Granat, äh Leute mit Granaten Ist glaub ich useful Mit Ash? Ja Weil Ash krank ich will, obwohl ich glaub nicht dass die nochmal oben sind Na auch unten ist und ganz schön das nützlich sein Nein We need to recover the hostage Hey die haben aber eignen's guten Stats 2,3 und 4,0 sieht gut Du Spasten hier zu Ask ja unten wir haben dir ja sozusagen eine Runde geschenkt oh cool wir haben dir eine Runde geschenkt ne die ist im Erdgeschoss wer hat unten gesagt die sind im Erdgeschoss habt ihr den ihr habt ihr die gefunden mhm da waren aber mindestens man kann doch gar nicht ins Erdgeschoss doch doch aber da waren 3 Leute im Erdgeschoss passt nur auf die können halt hier ist alles reinforced ne unten in der Garage den Überfragspot den es gibt irgendwo hier war der irgendwo hier hier war der oder ja da Garage wir haben da alles reinforced haben wir Termite also dann auf gehts warum wollen wir durch die Garage rein daneben ist frei da kannst du auch machen sind die in der Garage oder was gut dann machen wir hier noch ne Termite und dann machen wir gemeinsam auf ja ich weiß ich mach Zeit das ist rechts machen besser gewesen go einer hinten rechts ist am Auto hat nen Hit zwei haben Hit einer hat nen Header einer einer ist in der linken Tür Richtung Kraftraum ist der rechts wow alter hat der grad gepickt ich kann smoken und reingehen ne ja zwei hinten in diesem Raum pass auf Alf alle Mann direkt geradeaus sind zwei mach rechts auf ach alter wie viele Hits hat der denn der hat zwei Hits pass auf sag ihm direkt vor dir ist da noch was hinter dem Boot ne wir sind am Auto clear überall clear wow C4 ja warte 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 ja not warte der hinter ist auch gleich die geisel warte das ist jetzt wegknatzt komm runter nicht hoch nicht hoch warte der hat nen Kobi gemacht der ist in den Kraftraum Und gegangen? Warte, erstmal die Geisel, oder? Ist das natürlich gut. Ist das nicht? Du hättest doch springen müssen. Ja, ah, hat er. Eine Runde verschenkt und trotzdem locker ich sie 3-1 gemacht, Alter. Ja, alle Mann carried auch gerade echt hart. Ja, so kennt man mich auch, ne? Also, ist jetzt irgendwie nix. Ich fand alle Mann gerade recht schwach. Ich fand mich ziemlich gut. Was warst du denn? Warte mal kurz gucken. Ja, die beiden 3 Assists, ne? Ja, du warst der Teamplayer. Ich hab im Prinzip die Kills abgestaubt. Ja, genau. So sieht's nämlich aus.